Millionen Betriebsrentner fühlen sich betrogen. Keine inflationsausgleichsbedingte Anhebung der Betriebsrenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon zum Thema Betriebsrente mal immer wieder etwas gesagt oder geschrieben oder auch in Videos veröffentlicht. Und jetzt habe ich vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem doch sehr erbosten Betriebsrentner, der eine VBL-Rente bezieht und der schlicht und ergreifend die Welt nicht mehr versteht. Und ich kann das im Übrigen auch verstehen, gerade bei den VBL-Renten ist das schlicht und ergreifend ein Skandal, was dort sich die Arbeitgeber und auch die Gewerkschaften geleistet haben. Um was geht's? Wir haben ja seit 2021 eine galoppierende Inflation. Im Jahr 2022 bis jetzt letztes Quartal 2023 ging ja die Inflationsrate in Deutschland exponentiell nach oben. Das heißt also, wir hatten Raten bis 7% der blanke Wahnsinn. Wir hatten gesetzliche Rentenanpassungen, die auch die Inflationsraten nicht erreicht haben. Das heißt also, die Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Altersrente oder gesetzliche Rentenleistung erhalten hatten, Reallohneinbußen oder Realeinkommenseinbußen. Das ist ganz klar. Und Betriebsrentner sind unter bestimmten Voraussetzungen doppelt angearscht. Und zwar aus folgendem Grund. Vor allen Dingen bei denen, die in den Satzungen der Zusatzversorgungskassen sogenannte Anpassungsregelungen vereinbart haben. Und diese Anpassungsregelungen werden grundsätzlich immer mit den Gewerkschaften vereinbart. Und bei der VBL ist es die für den öffentlichen Dienst zuständige Gewerkschaft. Ja, das ist schon sehr erstaunlich, dass die Gewerkschaft dort in dem Bereich schlicht und ergreifend von den Arbeitgebern hier eventuell über den Tisch gezogen wird oder aber das Problem, was hier auf dem Tisch liegt, einfach nicht angeht und ignoriert. Also für mich wäre das schon ein Grund bei meinem, wenn ich dort in der Gewerkschaft wäre, den Gewerkschaftssekretär mir mal zur Brust zu nehmen und zu fragen, was das eigentlich soll. Was passiert? Derjenige, der eine VBL-Rente bekommt, meinetwegen 400 Euro pro Monat, pro Tour, der erlebt jetzt seit mindestens vier Jahren, seit 2021, dass seine VBL-Rente real im Wert sinkt. Aber richtig deutlich. Ja, wenn wir mal das Jahr 2022 nehmen, mit einer Inflationsrate von sieben Prozent, dann ist diese betriebliche Altersversorgung de facto für unseren Mandanten um 28 Euro im Kaufkraftverlust gesunken. Die ist nicht gestiegen. So, was hat der Arbeitgeber aber gemacht? Ganz einfach. In der VBL-Satzung, da gibt es eine Vorschrift, können Sie mal nachlesen. In der neuesten Fassung der VBL-Satzung steht ganz klar drin, die Anpassung der VBL-Rente erfolgt jährlich zu einem Prozent. Punkt. So, das war's. Das heißt also, ziehen wir jetzt mal die ein Prozent von den sieben Prozent Inflationsrate für das Jahr 2022 ab, dann verbleiben de facto sechs Prozent realer Verlust. Aus der Bruttorente ergibt sich das dann bei 400 Euro. Sechs Prozent von 400 Euro sind nach meinem Dafürhalten 24 Euro. Das heißt also, unser Kunde hat im Jahr 2024 monatlich 24 Euro an Rentenverlust erlitten. Ja, und da ist der natürlich stinksauer. Völlig klar. So. Aber, meine Damen und Herren, der Witz bei der ganzen Geschichte ist, das dürfen die, das darf die VBL. Ja, die VBL darf das. Und zwar aus folgendem Grund, das zeige ich Ihnen mal. Gucken wir uns doch mal das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, den Paragrafen 16 an. Das ist also ein ganz netter Paragraf. Das ist die sogenannte Anpassungsprüfungspflicht. Und dort steht im Paragraf 16 Absatz 1 drin, dass der Arbeitgeber aller drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistung der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und nach billigem Ermessen zu entscheiden hat. So. Ja. Die Verpflichtung nach Absatz, also dann gibt es einen Absatz 2, da steht drin, die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer ist als der Anstieg des Verbraucherpreisindex für Deutschland oder der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum. Also wenn der nach Absatz 2 praktischen Anstieg hier eine Anpassung vorgenommen hat, sagen wir mal um sieben oder acht Prozent, ist alles hübsch. So. Aber jetzt kommt der Absatz 3, Paragraf 16 Absatz 3, bitte ganz genau lesen. Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens eins von hundert anzupassen, also um ein Prozent anzupassen. Und das haben die in der VBL und in vielen Zusatzversorgungskassen schlicht unergreifend getan. Und zwar mit Hilfe der Gewerkschaften. Das heißt also, der Arbeitgeber kommt aus dem Paragraf 16 Absatz 1 Anpassungsprüfungsverpflichtung raus, wenn er mit den Gewerkschaften oder eine Betriebsvereinbarung hat oder wie auch immer, dass er die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens eins von hundert anpasst. Das ist natürlich immer dann ganz schön, wenn die Inflationsrate in Deutschland 0,25 Prozent beträgt, dann wachsen natürlich auch die Betriebsrennen. Aber wir haben in den letzten vier Jahren eine deutlich höhere Inflation. Das heißt, die Betriebsrenten sind hier gesunken. Meine Damen und Herren, ich sage ja sowieso generell, dass Betriebsrenten schlicht unergreifend, so wie sie aktuell in Deutschland aufgebaut sind, so wie sie auch durchgeführt werden, im versicherungsrechtlichen Wege durch private Versicherungskonzerne durchgeführt werden, aus meiner Sicht müsste das sofort beendet werden. Wir bräuchten hier letzten Endes einen Einstieg in eine staatsfondsartige betriebliche Altersversorgung, wo es entsprechende Regularien gibt, dass Banken und Versicherungen dort nichts zu suchen haben. Gleichsam bei der VBL-Rente, wo ich nur sagen kann, das ist wirklich ein Schlag in das Gesicht des oder der VBL-Rentnerin oder der Betriebsrentnerin, die über eine betriebliche Zusatzversorgungskasse, ZVK zum Beispiel, wenn es dort sowas gibt, ist das schlicht und ergreifend ein Schlag in das Gesicht. Das heißt also nominell werden die Betriebsrenten zwar um 1% erhöht, aber real haben sie einen Kaufkraftverlust, wenn man sich mal die Inflation im Jahr 2022, 2023 anguckt, von wenigstens 5 bis 7%. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass die Leute stinksauer sind. Die fühlen sich schlicht und ergreifend betrogen. Ich kann Ihnen keine bessere Aussage machen, als dass das geltendes Recht ist. Und wie kann man das Problem lösen? Man kann es nur so lösen, dass man die entsprechenden handelnden Parteien, die in der Verantwortung sind, also die Ampelkoalition dazu zwingt, entsprechend den §16 Anpassungsprüfungspflicht einfach zu ändern. Aber gehen Sie mal bitte davon aus, dass das so einfach nicht möglich sein wird. Da müssten Sie den Druck so im Dampfkessel so erhöhen, dass die Parteien nicht anders können, als hier ein entsprechendes Änderungsgesetz vorzubereiten, sodass hier diese 1%-Klausel wirklich mal rausgenommen wird. Und hier dann diese sogenannte 3-Jahres-Prüfungspflicht, Anpassungspflicht, Anpassungspflicht, dann tatsächlich für alle Arbeitgeber gilt. Und zwar ausnahmslos. Aber meine Damen und Herren, so ist die Rechtslage. Da können wir jetzt erstmal nichts machen. Das ist also total ungerecht. Finde ich auch nicht in Ordnung. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn Sie dort eine Petition einreichen, dann ist das richtig. Machen Sie Druck bei der Politik. Wir selbst, wir beschäftigen uns als Rentenberater nicht so sehr mit dem Thema Betriebsrenten. Das ist nicht unser Thema. Wir haben in Deutschland gefühlt 2000 Betriebsrentensysteme. Die kennen wir alle gar nicht so im Detail. Wir beschäftigen uns ab und zu mal ein bisschen mit der VBL und können aber wirklich nachvollziehen, dass Sie da stinksauer sind. Also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Anpassungspflicht, 1% Betrug, Betriebsrenten. Ich halte es so, dass das ein Skandal allererster Güte ist. Und die Parteien kennen das Problem, verschließen aber hier die Augen. Leider sind die Gewerkschaften mit im Boot und die machen hier an dem Punkt nichts für ihre Gewerkschaftsmitglieder und die Versicherten, für die sie die entsprechenden Tarifvertretung auch in der Altersversorgung im öffentlichen Dienst aushandeln. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de oder auf unserem Kanal Einige Rechte Rente für alle Generationen. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim planeen bis zum Beispiel die Verkleidung. Vielen Dank.